Herzlich Willkommen zu S21-BauTV. Wenn wir schon mal hier sind, dann halte ich doch gleich mal auf die neuen Container. Hier auf dem Platz vom ehemaligen Nordflügel, quasi über dem unterirdischen Technikgebäude. Einige haben es bestimmt schon auf der Webcam gesehen. Hier wurden fünf Container installiert und eine kleine Treppe für die obere Etage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau!